Eier, wenn du mir hörst, kommt es rein, umgekehrt. Äh, wenn es neun ist, ist es selber. Ja, ich gehe jetzt hin jetzt mal zum Wind nur. Ja, wenn man das rennt. Perfekt. Ja, du hättest es sehen. Was, Eier, wird das nicht mehr interessiert. Ist der schlau oder schlau? Ich glaube, es ist der Schlau oder schlau oder schlau oder schlau. Ich habe eine MIE zu meiner Rüben-Messiolo. Ja, und. Rüben-Messiolo, oder? Ja, Rüben-Messiolo. Geräte ausleihen. Ah, ist die Nachteil. Ich habe Fade 60. Fade 60 ist da da hinten. Gut. Schneiderkse, lass die Linke. In der Geräte. Ja. In der Geräte. In der Geräte. Es sehe sich auch nichts. Nimm mal den Fuß. Bist du in die Richtung geh, oder? Bist du in die Richtung geh. 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 Wir müssen jetzt von der 60 Jahren Kurs zum Depot. Wir müssen das Depot. Depot. Da. 60 zu Depot. Wir müssen das. Wir müssen das. Wir müssen das. Wollen wir bei dem Ich bin mal gespannt ob der Bus da so funktioniert wie ihn eingefallen hat So gut dann fahre ich aber jetzt selber bevor es mal ein Crash gibt dann gescheit Voll richtig! Perfekt! Ich bin Tamsung vor hier Wo ist denn da die Sehtskir? Und who are you? Woher hast du hier geredet ne? Wenn du... ...mich recht gehst Woher hast du hier geredet ne? Woher hast du hier geredet ne? Gut Woher hast du hier geredet ne? Woher hast du hier? Woher hast du hier geredet ne? Woher hast du hier geredet ne? Ah da kommt gerade der Kollege Da wäre das erstmal ins am Ding... Wasserding entstecken bleiben Das war das was geredet ne bros sich mit dem Baas auberkir ja perfekt das finde ich auch schön ja der hängt fest perfekt ein perfektes Schnee aber dieser geht zu gut 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 So, da muss ich schon noch links, oder? Links, links, rechts. Da muss ich erst fertig gewöhnen. Links, links. Da muss ich erst noch rechts verheben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hm. Bis zum nächsten Mal. 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 Und da hat die neue Song, ich hoffe ihr hört das Video vorhin, ihr habt euch gerne einen Like und einen Anruf, schau bis zum nächsten Video, ASF V3, tschau tschau.